was für Benzintanks bitte du willst aber dass ich da auch noch durch muss ja war da nicht immer gerade ok macht es hier sind wieder welche ich habe nur den haken gesehen ich hoffe ich muss nicht wieder klettern da würde ich mich voll ärgern und wo bin ich das freut mich alter ja ok machen wir gleich jetzt wackelt ja alle ich werde mal gucken ob ich mit Pistole besser weiterkomme weil alter mit dem Zielfernrohrtraffic ja ehrenscht jetzt gerade der widerstand kommt ihr helfen helikopter im Anflug wir treffen uns oben der Piety öffne die Luke da sollten Schaltkästen sein überbrückung muss aktiviert werden überbrückung muss aktiviert werden um die hauptluke zu öffnen überbrückung muss aktiviert werden die hauptluke zu öffnen überbrückung muss aktiviert werden um die hauptluke zu öffnen scheiße die kasse fahrt auch schon einer das kann das nicht so schwer sein die der widerschaft kommt ihr helfen helikopter im anflug wir treffen uns oben öffne die luke da sollen nur schaltkästen sein bitte gehen sie ruhig und geordnet zum nächsten ausgang warte glatt nach naja komm hier nicht raus sind mir einfach zu viele und ich habe nicht die richtige waffe dafür scheiße mann ist ja peinlich langsam da haben wir dann mal wieder irgendwas hier die 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 Da sollten Schaltkästen sein. Die Drückung muss aktiviert werden, um den Aufruf zu eröffnen. Mann, wenn es nicht so wackeln würde. Ich wollte gerade zur Seite gehen. Da kannst du ja keinen zeigen, Alter. Meine Fresse. Das ärgert mich, ey. Das ärgert mich so dermaßen gerade. Boah. Die Deputy, der Widerstand kommt dir helfen. Helikopter im Anflug. Wir treffen uns oben, Deputy. Öffne die Luke. Da sollten Schaltkästen sein. Okay. War einfach nur mal so. Aber ich habe drei Mitglieder. Das ist das Wichtige. Schöne Ladebildschirme übrigens. Die Deputy, der Widerstand kommt dir helfen. Kriege ich noch irgendwo eine Waffe hier vernünftiger? Helikopter im Anflug. Wir treffen uns oben, Deputy. Öffne die Luke. Da sollten Schaltkästen sein. Bitte gehen Sie ruhig und geordnet zum nächsten Ausgang. Hier kommst du nicht durch, Deputy. Du schnappst mit uns. Wir werden Rücken und aktiviert werden, um die Hauptlupe zu öffnen. Okay, ich mach's. Oh, 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 oh. Ich glaube, ich habe schon einige mitgenommen jetzt. Nein, du geh noch mal ran. Spitz, du! Überbrückung muss aktiviert werden, um die Hauptlupe zu öffnen. Bitte gehen Sie ruhig und geordnet zum nächsten Ausgang. Genau, geht doch mal ruhig und geordnet zum nächsten Ausgang hier. Nehmt. Was stand da oben gerade? Warnung. Die Befürchtung, Kavik. Der Helikopter ist direkt über dir. Los, Deputy, hake dich an den Kufen ein. So, bring mich bloß weg hier. Alter. Das war ein Scheißbunker, ey. Ja, wir haben das Land zurückgewonnen. Geil. Auch wenn es ein bisschen länger gedauert hat, durch meine Unfähigkeit. Aber schön. So, mal sehen, was jetzt kommt. Hey! Gott verdammt! So was habe ich hier ja noch nie erlebt. Prost! Wir haben dich nicht grundlos gerettet. Hey! Du hast uns was zurückgegeben, das wir schon verloren glaubten. Hoffnung. Egal was passiert, wir stehen hinter dir. Hey! Das war höllisch gute Arbeit, Rugi. So wie ich das sehe, hast du jetzt hier das Sagen. Und wenn du irgendwas brauchst, sag einfach Bescheid. Ich mach eine Sekte auf. Oh, Vater. Mein Bruder John wurde von wenigen geliebt. Von vielen gefürchtet. Missverstanden von allem. John wurde nicht als Monster geboren. Er war noch ein Kind, als unsere Familie auseinanderbrach. Er war liebevoll. Gütig, voller Freude. Und somit ein leichtes Opfer. John war nicht perfekt. Und er war nicht immer gut. Aber er war mein Bruder. Und die Verantwortlichen für seinen Tod werden bestraft. Das verspreche ich euch. Sehr, sehr schön. Und mit den Worten vom Vater. Und ich auch out. Weil für heute ist die Aufnahme vorbei. Wir haben das Land befreit. Gott sei Dank. Auch wenn es jetzt am Ende ein bisschen schwieriger wurde. Da im Bunker. Ich bin halt nicht der Shooter-Spieler. Wahrscheinlich andere laufen da durch. Ohne mit der Wimper zu zucken. Aber ja, ich bin immer noch der Meinung, ich hatte die falsche Waffe. Meine Maus hat gehakt. Und mein Internet hat wieder geruchelt. Nein, ich denke mal. Wir sind zwar durchgekommen. Aber ich bin halt nicht so gut in Shooter-Spielen. Was man daran wahrscheinlich auch gesehen hat. So, ich werde für heute die Aufnahme beenden. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und ja, ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß an dem Spiel wie ich. Und damit Tschüss und Bye Bye.